Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Hama Mini Stativ, Flexi M genannt. Und zwar ist dieses Stativ Bestandteil meiner zweiten ELV Bestellung, die verlinke ich euch und da mache ich das jetzt einfach mal auf. So, endlich habe ich die Ummantelung abschneiden können. Ich mag die eigentlich nicht oder ich mag die nicht, weil man sie nur sehr schwer öffnen kann. Wollen wir mal schauen, ob das Paket, ja es kann geöffnet werden. Die Anleitung ist nicht dabei, ihr könnt ja noch mal kurz den Infotext durchlesen. Und so sieht das kleine Stativ aus. Gummifüße hat es, wie ich fühlen kann. Die, diese Biegeteile, die klingen so ein bisschen, ja ok, doch, die kann man schon ordentlich, denke ich mal biegen. So. Ja, das macht schon ganz recht guten Eindruck. Hier ist noch ein Clip, dass man das Ganze zum Beispiel, naja, ja befestigen kann. Und dann werde ich mal schauen, wie man eine Kamera ganz einfach anschrauben kann. Am Beispiel meiner Samsung ST77 werde ich das mal durchführen. hier sehe ich mit dieser Kamera nämlich die schönen Fotos auf, die ihr immer seht, wenn ihr das Video anschauen möchtet. also Fotos werden mit der immer aufgenommen. Da ist das Gewinde unten, da schraubt ihr die dann dran. Ja, ja, das geht. Ok. Und die Kamera steht. Und die Kamera steht.